moin leute was geht ab heute zu einem video und das hier ist mein erster nano vlog ja ich werde wieder ab und zu real life videos machen aber ich werde es halt auch viel mehr gaming videos machen ich mag jetzt wieder so eine art serie wie der mini vlog aber ich mache jetzt nano vlogs das ist wie mini vlog halt nur noch kleiner ja den kart auf einem fußballfest will aber nicht die leute zeigen ja ich hole mir gleich eine cola und danach zeige ich euch noch ein paar informationen so darf meine kohle habe schon ein kleines bisschen davon getrunken ja und jetzt zu den informationen irgendwann im august werde ich nach neuen kirchen gehen da kommt auch ein nano vlog oder vielleicht ein großer vlog wer weiß ja ja auf jeden fall dann jetzt schau ja das hier war jetzt der erste nano vlog gefällt nicht so groß